Gesundheit ist unser wichtigstes Gut. Nicht nur, weil Krankheiten uns körperlich beeinträchtigen, sondern weil Gesundheit auch die Voraussetzung dafür ist, dass wir unseren Beruf ausüben können. Jedoch wird jeder Vierte im Laufe seines Erwerbslebens berufsunfähig. Und obwohl es auf der Hand liegt, dass Berufsunfähigkeit zu den wirklich existenziellen Bedrohungen gehört, hat man manchmal den Eindruck, dass viele Menschen ihr Auto besser versichern als ihre Arbeitskraft. Zur privaten Absicherung der eigenen Arbeitskraft gibt es zwei Vorsorgelösungen für Beschäftigte in den IG BCE-Branchen wie Chemie, Pharma, Energie, Bergbau oder Papier. Zum einen die Berufsunfähigkeitsversicherung BU-Flex. Diese sichert das Risiko ab, den derzeitigen Beruf zumindest 50% nicht mehr ausüben zu können. Zum anderen die Grundfähigkeitslösung Vitalschutz-Flex, die eine Ergänzung oder Alternative zur BU-Flex darstellt. Unabhängig von einer Berufsunfähigkeit leistet diese bereits bei Verlust einer der versicherten körperlichen oder geistigen Grundfähigkeiten. Für die Beschäftigten der IG BCE-Branchen hat die IG BCE-Bonus-Agentur ein starkes Versicherungskonsortium ausgewählt, an dem Swiss Life als Konsortialführerin und Produktgeberin beteiligt ist. Zusammen mit der Allianz und R&V stellt Swiss Life die Expertise in Produkt und Service sowie die Finanzkraft zur Verfügung. Arbeitskraftschutz-Flex, auch Chemierente genannt, bietet den Beschäftigten der IG BCE-Branchen wie Chemie, Pharma, Energie, Bergbau oder Papier und ihren Familien mit zielgruppengerecht zugeschnittenen, modularen und flexiblen Produkten einen optimalen Schutz. Entscheidend für den Zugang zu einer der Vorsorgelösungen ist allein die Zugehörigkeit zu einer dieser Branchen und nicht der ausgeübte Beruf. Für Auszubildende, Schüler und Studenten gibt es spezielle Tarife mit günstigen Konditionen. Maßgeschneiderte Zusatzoptionen wie die Care oder schwere Krankheitenoption können ihre Arbeitskraftabsicherung modular ergänzen und abrunden. Von einer besonderen Möglichkeit profitieren Gewerkschaftsmitglieder im Versicherungsfall. Mit dem Leistungscheck erhalten sie professionelle Unterstützung bei der Beantragung der Leistung bei der Versicherung sowie der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente. Arbeitskraftschutz-Flex, die Chemierente, weil Arbeitskraftabsicherung unser Element ist. Swiss Life